Ich bin Michael Weber vom Weinguf Leber Ettenheim und heute öffnen wir gemeinsam das siebte Türchen. Darin versteht sich ein weißer Verwunder, klassisch für den Preisgau, absolut eine typische Rebsorte. Weißverwunder Selektion bei uns im Haus bedeutet Selektionslinien frische, fruchtige, geraglinige Weine und nun werden wir es mal probieren. Eine Nase, eine Essensfrucht, noch Ananas, Limette, im Geschmack auch frisch, fruchtig, saftig und schöner Wein für alle Gelegenheiten zum einfach so trinken. Ein toller Essensgekleider und schöner Bekleider zu Fischgerichten. Ich wünsche damit viel Spaß weiterhin mit der Weinbox zum Wohl. Musik 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 Musik